Haben Sie auch schon einmal Ihre Bewerbung zurückbekommen, obwohl Sie der Meinung waren, genau die passende Person für diesen Job zu sein? Die Enttäuschung war wahrscheinlich groß und Sie wussten gar nicht genau, warum Sie die Absage bekommen haben. Neueste Erkenntnisse sagen klar aus, dass es in vielen Fällen daran liegt, dass im Lebenslauf die geforderten Soft Skills wie Teamfähigkeit, Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit usw. weder benannt noch auch entsprechend dargestellt wurden. Um Ihnen in Zukunft dabei zu helfen, diese Antworten auf die Fragen des Unternehmens zu geben, bekommen Sie von mir gratis und kostenlos eine Liste der sogenannten sozialen Kompetenzen oder Soft Skills aus dem Buch zeitgemäß bewerben. Klicken Sie einfach auf den Link oben oder unten hier an diesem Video und Sie bekommen recht schnell dann den Link, um dieses Formular, diese Arbeitshilfe herunterzuladen, damit Sie in Zukunft dem Unternehmen die Fragen beantworten können, die auch tatsächlich zu Ihrem Bewerbungserfolg führen und dass Sie sich damit auch von Ihren Mitbewerbern entsprechend abheben und differenzieren können. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden in Zukunft sich mit Sicherheit zu dem Thema viel, viel leichter tun. Bis zum nächsten Mal. Ihr Heinz Pater